Wie kann man unterscheiden in eine Brand- und eine Produktstory? Was ist eine Brandstory? Brand, Englisch, Marke, erklärt die Marke, erklärt die Idee und erklärt das gesamte Angebot des Unternehmens, deines Unternehmens oder von dir als Unternehmer. Und eine Produktstory, das ist eben eine Geschichte, eine Story, die jede einzelne Ware oder Dienstleistung von dir erzählt. Menschen sind eben keine rationalen Wesen. Ja, wir können denken und wir haben die Fähigkeit, logisch zu denken. Aber wir müssen uns klar machen, dass unsere Handlungen immer auch von unseren Gefühlen und von unseren Geschichten bestimmt sind.